Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich, Grüß dich, und heute gibt es wieder ein Video Tag im Woche von mir. Und ich habe heute erfahren, dass ich nächsten Mittwoch einen anderen Rollstuhl ausprobieren kann und auf sich freue mich schon. Und erst bin ich da her auf der Straße um den Tumpe und da habe ich die blöde Pfanne immer interessiert. Da habe ich mich nicht gekriegt. Da habe ich mich nicht mehr gesehen, weil ich nichts mehr gesehen habe, dass ich ungefähr fertig bin. Und Gott sei Dank ist eine Beträgerin entgegengekommen und die hat mir älterlich gesagt, die hat mir gerettet. Und zudem ist ich nicht mehr weit auf der Bank. Und was habe ich gestern? Ah, gestern habe ich schon bald niedergekriegt. Jetzt habe ich primiert. Und ich meine, das ist vielleicht Hitze, aber so geht es mir ganz gut. Und mir gibt es wieder ein Video Tag im Woche. Vielen Dank, Eure Berat. Vielen Dank. Vielen Dank.